Die Firma Blecher wurde 1986 im Privathaus von Herrn und Frau Blecher gegründet, wurde dann natürlich weiterentwickelt, bis wir uns hier befinden auf unserem jetzigen Standort in Neunkirchen. Wir haben hier auf diesem Standort fünf Lagerhallen stehen, plus ein neues Bürogebäuer, das 2008 gebaut wurde. Wir beliefern derzeit uns Inland und Export. Unser Inlandsanteil liegt bei 50 Prozent, die Exportquote liegt auch bei 50 Prozent. Wir liefern in ganz Europa, weltweit und auch den asiatischen Raum Afrika. Wir machen jetzt alles von diesem Stand aus hier, mit unserer Intralogistik, mit dem eigenen Fuhrpark. Qualität hat hier bei uns einen sehr hohen Stellenwert, das ist unser Markenzeichen, denn natürlich Aluminium bekommt man nicht bei vielen Blechern, das bekommt man natürlich auch bei vielen anderen Händlern. Aber bei uns, unser Markenzeichen, die Qualität, der Service, die Freundlichkeit, das hier steht für unseren Firmennamen und das zeichnet uns aus. Die Hubtex-Geräte sind unser Herzstück unserer Kommissionierung. Wir sind Gott sei Dank sehr froh darüber, mit der Firma Hubtex und der Firma Stihl schon eine sehr lange, langjährige Wartenschaft zu haben. Wir haben vor 19 Jahren unser erstes Gerät gekauft. Das zeigt natürlich die Qualität dieser Marke. Unsere Stihl-Flotte ist für das gesamte Be- und Entladen zuständig. Wir haben momentan sieben Hubtex-Geräte am Laufen und haben vor, für unsere Tochtergesellschaft in Ungarn zwei weitere Hubtex-Geräte anzuschaffen. Es sind sehr beliebte Stapel bei uns und die Leute sind richtig froh, wenn sie damit fahren dürfen, weil sie sehr schnell und sehr hochqualitativ sind. Ich habe miterlebt den Wandel und das kontinuierliche Wachsen des Unternehmens, den Bau von der Halle 1 bis zur Halle 6. Qualität und Langlebigkeit, das kann man auf Ihrem Standort sehen. Es gibt zwei Geräte, die schon sehr viele Jahre im Dienst sind. Das eine ist ein Stihl-RB 6050, der 14 Jahre alt ist. Und durch einen Hubtex, der jetzt fast schon 20 Jahre im Unternehmen seine Dienste versieht. Das heißt, die Geräte wurden damals richtig ausgewählt und es wurde auch von uns die richtige Qualität und Konfiguration geliefert.